Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD4 Modern Warfare 2 Modern Warfare, Entschuldigung Ähm, weil ich war gerade abgelenkt. Es wird diesmal eine kurze Runde, wie ich sehe, weil wir führen und 4.160 Punkte haben wir, 5.000 fehlen uns und wir sind zum ersten Mal droht Ja, so Wow, wow, wow Ihr merkt natürlich, neues Headset, neue Sprachstimme Sagen wir mal, wie ihr das so findet Ja, ich habe heute schon ein paar Mal die Karte gespielt, ich hasse sie nach wie vor Wenn wir nicht gerade am Verlieren sind, so wie ich, aufgepasst Und dann draus mit irgendeiner scheiß Rasen und es gibt mir gerade übelst auf die Eier Motherfucker Oh, den Kratsch neben, ey Das geht so nicht Ah, feindlicher Hedy Was denn sonst? Ja, guck mal, guck mal, sobald wir, sobald ich mitspiele, ne, gehen die Zeilen runter Siehste? Zack, bumm Ah, wenigstens einen Kill, 1 zu 3, ne 1 zu 4 schon Eine Jüte, ey Bam Ja, vorhabe ich jetzt nachgeladen Dummheit Geh mal vor Der war dämlich Wir sind in Führung Unsere Tranne ist einsatzbereit Unsere Tranne ist einsatzbereit Einliche Tranne gestartet Durch die Wand Natürlich Was auch sonst Ja, aber schlimm, nicht zu cheaten, ne Ja, klar, komm Je, 2 zu 6 oder so 3 zu 6, schon Wird doch nix Aufgepasst Ich sag mal aufgepasst, ne Diese Luftstecker übelst auf den Sack Ja Ja Noch im Wunsch Ich rieb mich da gar nicht drüber auf Ich darf mich gar nicht darüber aufregen Zack, tot ist er Siehst du Leck mich doch, ey Leck mich am Sack Uh, 60 Die Kante 1 Was ist das? Was ist das? Die Kante 1, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde mal gucken, ne Puh Herausforderung Die Kante 1 Die Kante Die Kante Die Kante Ausgleich Ausgleich Ach so Okay 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 Nee, komm Wir waren vier Minuten erst rum, nee, komm Sollen wir noch ein bisschen hier verkannt, oder Dann noch mal gucken hier, ob wir irgendwas noch reißen können Dass wir nicht ganz oder nur noch schlecht dastehen Nee, das war... Das war eine nördrunde war das Kann man besser Kann man besser Nee, das schrot Woment nur keiner Aufsatz drauf haben, obwohl ich für den Aufsatz richtig geil Wohlstandard Aufsatz ist Wie? Ich hab keine Claymore Shit Ah Warnschuss Farschen Nein! Gibt's nicht Mann, der wollte ich töten Hier ist irgendwie angebrannt Ich hoffe nicht, dass man Lüfter ist Glaube ich aber ja nicht Zack Booyah Booyah Legen wir zum ersten Mal Booyah Wird doch ein paar mal vorkommen So, haben wir schon mal... Oh scheiß 2-3 Das sind zwei Leute töten um... Hilfe Wie er's wusste Wie er's wusste Wie er's wusste Wie er's wusste Hau Wird ja Wird ja Wird ja Wird ja Wird ja es war alles kann ich mir erzählen da bin ich gerade der beste mit einem BAM! Das war ein Header ganz ruhig Digga ganz ruhig Huch! Boom! Wie? 5,9? Verarschen? Komm jetzt hier mal mit 5,9 So, dann haben wir schon mal 6,9 und 6,10, ne? Und jetzt 18 Oh, guck mal an Materium hat doch auch, oder? Klar Natürlich Warum auch nicht Natürlich Ha Ja Komm mal, genau selbe Strategie wie ich Der wartet jetzt Servus Nee Leute, ich bin heute nicht mit mir Nee Leute, ich bin heute nicht mit mir Wie? Cool 12,13, sagen wir mal, so langsam machen wir mal auf Langsam Laber! 13,14 immer noch Komm, die ziehen wir noch Komm, komm, ich hab dann auch Vert... Vertrauen zu Mensch, der ist nicht so schlimm Ich hab gesagt, nicht so schlimm, aber muss ja nicht sein, hab ich gesagt Sof! Ich hab dann Ich hab dann Ich hab dann Ich hab dann Ausgleich Führung, ne Ausgleich Na, der sieht doch gar nicht so schlecht aus BOOM Laber 17,17 Komm, 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 komm Oh, viel passt Lava Nein Wir sind wieder in Rückstand BOOM Ah Muss auch drauf ankommen lassen, ne 18,19, komm Der sieht so ruhig aus Ruhig, alles ruhig Da ist er noch Ruhig mir Zeitung ruhig mir Oh, Führung Die Drohne gestartet Aufklärungsdrohne bereit Na, guck mal 22,20 Warte, ich finde das nicht gut ist Ich will da gar nicht hin Hey, muss ich mir nicht im Mikro Tod 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 Die Drohne ist außer Bereit Puh, oh, da hab ich dich abgeknallt Was ist das? Ok 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 Ausdruck bereit! Verbrünerter Helikopter auf dem Weg! Prüster, Herr Kuh! Ausdruck bereit! Ich dachte, er ist auf den anderen konzentriert. 25, 22, guck mal an! Weil da ja noch die Führung gerissen haben. So, aufgestellten wir die Fliegen da vorne, pass auf! Boah! Da, Reflex, Mann! So, muss man spielen. So, muss man spielen. Ah, Nachladen! So... So... Gut, das war ein... Gut, also ich würde mal sagen, das war's bis dahin, und wir sehen uns denn nichts, weil wir führen grad... Und ich bin blind. Gut, damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!